Hey, mein Name ist Olsen. Ihr seid bei 16bars.de. Ich bin auch bei 16bars.de. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Viel Spaß. Ja, ich nenne mich nur noch Olsen. Ich habe das rough gestrichen quasi. Und zwar ist der Grund dafür, dass ich mit 14 oder so wurde ich schon immer Olsen genannt von meinen Freunden. Und habe das dann halt auch als Rap-Namen benutzt. Und habe das rough eigentlich nur zusätzlich dazu getan, weil ich Angst hatte, dass irgendwer sich auch auf einmal Olsen nennt, um die Ecke kommt und viel erfolgreicher wird als ich. Und damit nicht zwei Leute den gleichen Namen haben. Aber jetzt halte ich das eigentlich nicht mehr für notwendig, weil dieses rough, was ich halt auch in meiner Musik verkörpert habe durch irgendwelche Kneipenschlägereien, also das wird ja nicht mehr stattfinden. Und demnach ist das rough eigentlich auch überflüssig und Olsen ist auch prägnant genug eigentlich. Ich finde es mittlerweile ein bisschen albern, weil ich einfach kein unfassbar rougher Typ bin. Deswegen nur noch Olsen. Die Soundfindungsphase ist eigentlich relativ erfolgreich abgeschlossen. Ich weiß auf jeden Fall, in welche Richtung es gehen soll. Natürlich ist es noch alles sehr roh und alles in der Anfangsphase. Aber man hat einfach so ein paar Referenzsongs sich zusammengesucht und konnte eigentlich jetzt auch schon ziemlich gut den Sound definieren. Und jetzt gilt es natürlich darauf hin zu produzieren, dass dieser Sound auch gut eingefangen wird und alles sehr rund wird. Aber da wir halt noch gar nicht im Studio waren, sondern jetzt erst langsam loslegen, ist es wie gesagt alles noch ziemlich... Also diese Soundfindungsphase war eigentlich gar nicht als solche gedacht ursprünglich. Ich bin einfach ins Studio gegangen und habe gedacht, okay, ich habe jetzt ein paar Songs geschrieben, ich habe hier ein paar Beats, dann legen wir doch mal los. Dann habe ich einfach nach ein paar Monaten gemerkt, okay, das ist irgendwie noch nicht das, wo ich hingehen wollte. Ich habe jetzt nicht zwanghaft versucht, mir irgendeinen Sound aufzudrängen oder mir irgendein Image aufzudrängen, sondern habe einfach gemerkt, okay, das ist es noch nicht. Das betrifft auch den Text, also textlich klar. Diesen Straßenhintergrund, den ich auf dem Rootboy-Ding noch hatte, der hat sich ja eigentlich nur auf meine Jugend bezogen. Und die ist jetzt langsam vorbei und wer mich kennt, weiß, dass ich jetzt aktuell keinen Straßenhintergrund mehr habe. Und deswegen wird das auf zukünftigen Releases, denke ich, auch nicht mehr stattfinden thematisch. Jetzt auf der EP ist es noch so ein bisschen vertreten, weil ich da an zwei Songs schon noch mal in der Vergangenheit rede. Und damit wollte ich es auch abschließen, auf jeden Fall. Ja, selbstkritisch bin ich auf jeden Fall. Sonst hätte ich auch diese fünf Songs schon fürs Album benutzt. Also es gab schon Leute, die gesagt haben, ach, das reicht doch vollkommen, das ist besser als das, was viele schon verkaufen. Warum willst du das umsonst raushauen? Aber mir gefällt es einfach nicht. Mir gefällt es nicht, ist falsch gesagt. Mir gefällt es nicht, also es entspricht nicht meinen Ansprüchen für das, was ich einfach als nächstes machen wollte. Ich habe schon mal gesagt, dass das nächste Album so ein bisschen auch über meine Zukunft entscheiden wird, wohin es gehen kann. Entweder bleibt es halt in diesem Untergrundrahmen oder es geht halt ein bisschen drüber hinaus. Und wenn ich dann wirklich alles auf dieses Album setze, dann soll es natürlich auch meinen Ansprüchen entsprechen. Und das hat es nicht getan. Also kann man auf jeden Fall abschließend sagen, ich bin sehr selbstkritisch. Also bei Butterfly gab es, war die Situation ja so, dass es Vega, Face und mich gab. Und halt Emonix, der quasi für Produktionen, aber auch fürs Administrative zuständig war. Und ich habe mich da einfach sehr wohl gefühlt. Alle drei finde ich menschlich super. Und Butterfly, den Namen fand ich super, das Logo fand ich super. Ich habe mich da einfach richtig wohl gefühlt. Dann gab es diese Trennung von Emonix, was ich sehr schade finde, weil ich ihn einfach menschlich sehr respektiere. Dann kamen einfach auch ein paar neue Artists dazu. Das heißt nicht, dass ich die schlecht finde, auf gar keinen Fall. Migo ist großartig, Boska ist auch ein super Rapper. Aber auf einmal war ich halt von vier, fünf weiteren umgeben. Dann kam halt der Namenswechsel, wo ich erst gesagt habe, ach komm, es ist doch vollkommen egal, wie wir uns nennen. Aber dieses Freunde von niemand. Ich denke auch, dass es gut zieht, weil die Fans, die feiern diese Philosophie ja sehr. Und ich denke auch, dass die erfolgreich sein werden. Ich habe mich da aber einfach nicht gesehen, weil ich bin kein Freund von niemandem. Jeder, der mich kennt oder der ein paar Minuten mit mir spricht, weiß, dass ich halt kein Typ bin. Der, der dir einen kragen will, sondern ein Typ bin, der mit dir gerne befreundet wäre. Oder mit dir gerne mal ein Bier trinken geht. Und einerseits auf dieser persönlichen, menschlichen Ebene kann ich mich da halt nicht wiederfinden. Andererseits, wenn ich diesen Schritt gehen will und in der Szene ankommen will oder das vielleicht noch größer machen will. Und erfolgreich sein will, dann ist es doch schlecht, meiner Meinung nach, mit dieser Anti-Haltung in die Szene reinzugehen. Weil dann wird mir gesagt, okay, wenn ein Freund von niemandem bist, dann verpiss dich doch hier. Und es ist wie gesagt überhaupt nicht böse gemeint. Es hat nichts mit menschlichen Differenzen zu tun. Ich habe mich da einfach nicht gesehen. Ich hätte da jetzt noch ein Jahr weiterbleiben können und am Ende vielleicht schlechte Arbeit abliefern können. Oder rumquengeln können. Aber dann war es für mich einfach sinnvoller, diesen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, okay, dann gucke ich halt, dass ich was anderes mache. Der Kontakt war natürlich jetzt spärlich in den letzten Monaten. Ich habe letzte Woche mal versucht, Kontakt aufzunehmen. Es hat nicht geklappt. Also ich würde mir wünschen, dass, wenn wir uns sehen, uns einfach wieder in den Arm nehmen und sagen, alles ist gut. Natürlich sind da ein paar Sachen nicht cool gelaufen. Das weiß ich auch selber, dass ich da vielleicht ein bisschen straighter hätte sein müssen und so weiter. Aber wir haben uns menschlich immer so gut verstanden, dass ich es schade fände, wenn diese musikalische Geschichte das jetzt zerstören würde. Also es wäre ein großer Wunsch von mir, dass es wieder funktioniert auf jeden Fall. Der Fokus lag leider die letzten Jahre immer auf der Mucke, auch wenn man das nicht an Releases zählen kann. Aber es nimmt ja einfach trotzdem sehr viel Zeit in Anspruch und sehr viel Arbeit, auch wenn viele Konsumenten oder Hörer nicht sehen, was da für eine Arbeit hintersteckt. Das ist ja nicht nur Arbeiten am Album, es ist ja auch zum Beispiel sowas wie heute, dass ich irgendwie ein paar Stunden Bahnfahrt für ein paar Minuten Interview in Kauf nehme. Oder dass ich allein diese ganzen Social-Media-Geschichten fressen ja unfassbar viel Zeit. Und da hatte ich nie jemanden, der das alles für mich gemacht hat oder organisiert hat. Und deswegen lag der Fokus leider immer auf dieser Rap-Geschichte, worunter das Studium auf jeden Fall auch gelitten hat. Also ich bin jetzt auch gerade an so einem Wendepunkt, wo ich sage, okay, mal gucken, ob ich das noch weitermache oder ob ich was anderes mache. Oder erst mal es ganz sein lasse oder mal schauen. Ja, Partyleben gibt es auf jeden Fall. Diese Alkohol-Thematisierung versuche ich auch etwas runterzuschrauben. Der Grund dafür ist einfach, ich habe unter der Woche ein stinklangweiliges Leben, muss man einfach so sagen. Studieren von Montag bis Freitag, dann geht man mal zu McFit, dann geht man mal eine Runde laufen, da trifft man sich mal mit einem Kumpel. Das ist ja nichts, was man irgendwie auf Songs erwähnen könnte, was irgendwen auch nur interessieren würde. Und deswegen handelt halt fast jeder Song vom Wochenende. Und da passieren halt nicht viele Dinge, außer man geht feiern und dann trinkt man halt auch häufig schon mal einen über den Durst. Aber ich merke schon, da ich das häufiger gefragt werde, dass ich schon ziemlich das Image eines feierwütigen über den Dursttrinkers habe. Und das ist nicht ganz die Unwahrheit, aber das ist ja jetzt auch nichts, womit man sich brüsten könnte. Also das sollte auf jeden Fall in nächster Zeit mal ein bisschen weniger thematisiert werden. Also diese Marathon-Geschichte ist daraus entstanden, dass ich einfach immer sehr, sehr unsportlich war. Und irgendwann einfach gedacht habe, ey, das muss jetzt mal ein Ende haben, das kann nicht sein. Er fühlt sich ja einfach ordentlich wohl, wenn man nicht in Form ist. Und dann habe ich einfach mal angefangen zu laufen, hatte ein Kumpel, der hatte dieses Marathon-Ziel schon im Visier und hat gesagt, komm, wir machen das. Und dann haben wir da echt so ein halbes Jahr drauf hintrainiert. Eigentlich sollte man ein Jahr, aber wir waren ein bisschen spät dran, haben gesagt, schaffen wir auch so. Der hatte dann leider eine Entzündung im Knie und konnte letztendlich nicht mitlaufen. Ich bin da durch den Regen marschiert, habe auch eine unterirdische Zeit nur geschafft. Aber das war so ein Moment, wenn man da durchs Ziel läuft, dann weiß man, man hat was geschafft. Und das ist was, worauf man stolz sein kann, einfach sich selbst, seine Faulheit und den Körper zu bezwingen. Das ist auf jeden Fall super. Und alleine das Laufen ist halt auch eine Möglichkeit, den Kopf freizukriegen, durch strömenden Regen zu rennen. Das ist so das Beste, was es gibt, finde ich. Und Sport spielt auf jeden Fall schon eine große Rolle in meinem Leben. Im letzten Jahr hat das ein bisschen abgenommen, während ich zugenommen habe. Einfach aus Zeitgründen und wenn man da mal Zeit hat, dann hat man vielleicht auch Bock, lieber ein bisschen auf dem Sofa zu hängen. Aber ich habe schon vor, das wieder mehr zu betreiben und in naher Zukunft auch irgendwann nochmal so einen Marathon mitzulaufen. Fürs Ego und für den Bauch. Und ich stecke so viel Leidenschaft da rein, doch ich seh mich um und schäme mich, ein Teil davon zu sein. Das ist auf jeden Fall ein ständiges Auf und Ab. Und zwar diese Termine, die wir mit Pi gespielt haben, die waren halt großartig. Wir haben da immer vor 500 bis 900 Leuten gespielt. Die eine Stadt hatte voll Bock auf uns, die andere Stadt mussten wir uns ein bisschen erspielen. Die kannten uns nicht und haben gedacht, okay, jetzt zeig mal, was du kannst. Aber zwischen diesen Terminen, das hat sich ja dann auch über ein paar Monate hingezogen, gab es dann immer wieder Auftritte, wo wir einfach vor 50 Leuten in irgendwelchen Jugendclubs gespielt haben und da eigentlich mehr durch den Verkauf von Shirts verdient haben als durch die Gage. Einfach weil wir uns zum Ziel gemacht haben, wir nehmen alles mit. Wenn da 50 Leute sind, gefällt es vielleicht 30 und davon kaufen sich irgendwann mal 10 eine CD. Und das hat sich auch bezahlt gemacht, zwar nicht finanziell, aber bezüglich der Erfahrungen auf jeden Fall. Und naja, es gibt wirklich immer gute und schlechte Auftritte. Also wir sind vielleicht vor zwei Monaten vor 800 Leuten aufgetreten, aber es kann genauso gut sein, dass wenn ich jetzt in einem Monat irgendwo auftrete, dass dann nur 15 kommen. Also da ist leider kein Verlass auf irgendwelche Facebook-Fan-Klicks oder so. Also letztendlich macht das überhaupt nichts aus bezüglich der Live-Auftritte. Aber es war auf jeden Fall ein super Jahr. Wir haben 25 Gigs oder so insgesamt gespielt und es hat mir mega viel Bock gemacht. Es war echt ein großartiges Jahr und ich hoffe, da kann nächstes Jahr noch ein bisschen mehr gehen. Ja, natürlich muss ich mir dumme Sprüche anhören, das ist mir auch bewusst. Und natürlich weiß ich, dass so eine Frisur nicht unbedingt der Otto-Normal-Verbraucher-Frisur entspricht. Und dass Leute natürlich auch denken, okay, was ist los mit dem Typen, der hatte doch vor einem halben Jahr noch eine Glatze. Ich glaube, viele denken, aber ich mache das, um in irgendeine Sparte reinzukommen oder um erfolgreicher zu sein mit der Musik. Aber ich würde ja niemals für Rap mein Äußeres so verändern. Das ist einfach, ich hatte da Bock drauf, ich hatte vier Jahre lang eine Glatze. Ich habe gedacht, komm, machst du dir mal Haare. Leute in meinem Umfeld rennen einfach alle so rum. Das ist für mich nichts Komisches oder Extravagantes und ich hatte einfach Bock drauf. Und was ich halt unglaublich frech finde, ist, dass sich viele Leute halt einen Kommentar dazu erlauben, die ich halt überhaupt nicht kenne. Wenn mein bester Freund zu mir kommt und sagt, Alter, mit der Frisur, das war auch nicht so cool, dann hat er auch das Recht dazu, ist ja mein bester Freund. Aber irgendwelche Typen sprechen da im Imperativ und sagen, schneid dir die Haare ab, das sieht voll schwul aus. Das ist ja wohl eine absolute Frechheit, was man sich anmaßt. Aber ich glaube, wenn man so an die Öffentlichkeit geht, dann muss man das wahrscheinlich auch einfach akzeptieren. Aber ich würde jetzt auf gar keinen Fall, auch wenn 3000 Menschen mir sagen, schneid dir die Haare ab, mir die Haare wieder abschneiden. Kanye West ist halt so ein bisschen so ein Paradiesvogel in der Szene und auch ein absoluter Trendsetter. Und klar, musikalisch finde ich super, aber jetzt nicht unbedingt, was die Beats an sich angeht oder was den Rap an sich angeht, auch nicht immer. Zum Beispiel dieses Watch the Throne fand ich überhaupt nicht cool. Aber sein Album My Beautiful Twisted Dark Fantasy finde ich großartig. Wie er sich kleidet, das ist auf jeden Fall eine große Inspiration. Ich will nicht sagen, dass ich dem irgendwas nachmache, aber ich sehe mich auf jeden Fall wieder in dem, was er trägt. Und der Typ, der gibt halt auch Scheiß auf alles und hat ein ziemlich arrogantes Auftreten. Und das fasziniert mich schon ein bisschen, muss ich sagen. Guter Mann. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wart bei 16bars.de. Ich bin immer noch bei 16bars.de. Am 14.12. kommt meine EP raus, 40213. Die könnt ihr euch kostenlos runterladen. Wäre ganz geil, wenn ihr das macht. Wäre nicht jetzt auch wunderbar einen schönen Tag noch.